Ja, es ist wieder mal Haushaltstag. Ich rede 10, 20, 15 Minuten über den aktuellen Haushalt, will nicht alles vorwegnehmen, was diese Woche im Plenum gesagt wird, aber Sie bekommen gerne einen Sneak-Preview. Einen Satz darf ich vorweg sagen, weil ich doch recht glücklich bin, heute in diesem Paulskirchensaal zu sitzen. Das ist jetzt keine Vorwegnahme der zweiten Pressekonferenz, die gleich kommt, wirklich nicht, aber einen Satz erlaube ich mir. Es ist ein toller Name. Ich erinnere an das Programm für Deutschland, das Grundsatzprogramm der Partei, das höchste Dokument sozusagen, das wir 2015-16 verabschiedet haben, in der Bundesprogrammkommission und letzten Endes als Mitgliederparteitag, der höchste Souverän. Und dort steht schon in der Präambel drin, in der Präambel, wir sind Liberale und Konservative, wir sind Freibürger unseres Landes, wir sind überzeugte Demokraten. Das sind genau die Stichworte, die zur Paulskirche passen, alles davon. Man kann liberal, national, bürgerlich natürlich, unbedingt bürgerlich, konservativ, rechtsstaatlich und demokratisch sein. All das wird in diesem Namen Paulskirche verkörpert. Und deshalb bin ich sehr froh, dass sich die Fraktion da mit guter Mehrheit dafür entschlossen hat. Alles Wettere hören Sie nachher im zweiten Teil der Pressekonferenz dazu. Aber es ist kein zufällig gewählter Name. Ja, zum Haushalt 2020 steht an und die Finanzplanung bis 2023. Wieder einmal stellt die Regierung keine seriöse Haushaltsplanung vor. Das wird Sie jetzt nicht weiter überraschen, dass ich das sage. Aber der Schein der Haushaltssolidität wird Stand jetzt noch aufrechterhalten. Auf vielerlei Ebenen ist es aber eben nur ein Schein. Noch weist man keine Schulden aus. Ich gehe mal davon aus, obwohl wir es ja nicht sicher wissen können in diesen Tagen, in denen das Klimakabinett erst noch tagt, dass Olaf Scholz in einer Stunde hier auch einen Haushalt weiterhin ohne Schulden offiziell vorstellen wird. Man darf vielleicht an der Stelle erinnern, dass die aktuelle Steuerflut eine Leistung der Unternehmen und der Bürger des Landes ist und nicht der Regierung. Das ist mir schon ein wichtiger Punkt. Die Politik, die aktuell gefahren wird, gängelnd, regulierend, teilweise abwickelnd, wird am Arbeitsmarkt und im Haushalt ein Desaster ausrichten, auch wenn man es im Moment noch nicht aktuell an den Zahlen sehen kann. Die Steuereinnahmen sind nachlaufende Zahlen. Das wird ganz sicher kommen. Aber dieses Mal hat Olaf Scholz noch Glück, dass das Geld noch fließt. Trotzdem, er braucht auch unglaublich viel. Wir haben auch noch das Problem, schon seit langem, dass die Einnahmeseite und die Steuerseite positiv verzerrt ist durch die unglaublichen Rückenwind seitens der Zentralbank, die EZB, obwohl wir ja eigentlich angeblich immer noch im Konjunktursommer sind, hat schon die nächste Injektion von 200 Milliarden angekündigt. Das ist alles Voodoo-Ökonomie mit Nullzinsen. Das gab es noch nie. Es ist ein riesiger Rückenwind, ein Entschuldungsprogramm für den Staat. Er spart, je nachdem, wie man rechnet, bis zu 100 Milliarden pro Jahr, allein durch diesen unverdienten Effekt. Das zahlen auf der anderen Seite die Bürger. Es ist die Kehrseite der Medaille. Zinsersparnis, ich gehe darauf später noch genauer ein, das wissen Sie auch alles. Ja, dann wird natürlich ein wichtiges Thema sein, der Soli, immer noch der Dauerbrenner. Aber man muss halt immer wieder darüber reden, nach unserer Rechtsauffassung und nicht nur unserer, sondern auch des Rechnungshofs, des wissenschaftlichen Dienstes, des Steuerzahlerbundes, fehlt die Rechtsgrundlage für den Soli bereits ab 2020. Und das ist nicht nur ein theoretisches Problem, das ist auch ein sehr materielles. Damit fehlen 20 Milliarden schon im neuen Jahr. Das wird eines Tages erfolgreich eingeklagt werden, da bin ich sehr sicher. Vielleicht erst nach Olaf Scholz' Ägide, aber es wird eingeklagt werden und das ist halt auch hochgradig unseriös. Über die gesamte Planungsperiode reden wir hier von 54 Milliarden, also ein gewaltiges Defizit. Es ist auch eine Vernebelung und leider ist das auch medial nie wirklich korrigiert worden, von 90 Prozent nicht mehr zahlen zu sprechen. Das stimmt auf der Zahlerseite, aber 50 Prozent des Solis bleibt erhalten. Und selbst diese 50 Prozent, das ist ein reiner rhetorischer Trick. Ja, dann wäre natürlich der Bundestag heute und hier auch der Zeitpunkt und der Ort, über das sagenumwobene Klimabudget zu sprechen. Doch, man liest zwar in der Presse, teilweise auch in der von Ihnen vertretenen Presse in den letzten Tagen, auch heute bis ins Handelsblatt rein, Kassensturz für die Klimarettung, vielleicht Steuererhöhung, vielleicht nicht, keiner weiß es. Wie auch immer, das Parlament hätte sich schon gewünscht, dass wir die Ersten sind, die davon erfahren, von diesen Details. Das Klimakabinett tagt jetzt tatsächlich erst in zehn Tagen und es ist wirklich eine parlamentarische Zumutung, dass wir heute über einen völlig unvollständigen Haushalt reden. Denn zumindest der 2020er Haushalt ist wahrscheinlich bereits tangiert von Klimamaßnahmen, was auch immer das sein soll. Und die Planung bis 2023 wird auf jeden Fall tangiert sein. Und wir wissen schlichtweg nicht, was kommt. Wir kennen eine Größenordnung, eine Zahl, die irgendwie gewürfelt ist oder auch nicht. Oder aus den Ministerien kommt von 50 bis 60 Milliarden. 50 bis 60 Milliarden, das wäre ja, wenn es 2020 käme, schon ein Zehntel und mehr des Haushalts. Auch wenn es über mehrere Jahre verteilt ist, ist das. Es ist wirklich eine Zumutung, dass das nicht geht. Wir wissen auch nichts über die Instrumente genau. Es wird gemunkelt über die CO2-Steuer, über Zertifikate, CO2-Zertifikate, in welcher Form auch immer, über diverse Verbote. Es wird nicht klar, was besteuert wird, wie vieles besteuert wird. Herr Altmaier spricht in der Presse inzwischen von einer Stiftung zum Klima irgendwie. Die wird aus dem Haushalt bezuschusst. Wir wissen aber nicht, wie. Es ist auch, Herr Söder spricht von subventionierten Anleihen des Bundes, die also positiv rentieren. Wo soll es denn herkommen? Es gibt keine positive Rendite im aktuellen Voodoo-Markt der Zentralbanken. Trotzdem verspricht Herr Söder das inzwischen auch anderen Minister. Herr Scholz hat sich auch bereits dafür erwärmt. Das ist eine absehbare Subvention in Milliardenhöhe. Das ist auch eine Planwirtschaft. So werden Gelder in falsche CO2- oder was auch immer Projekte gelenkt, die der Markt lenken muss. Das ist nichts. Herr Söder kann hier nicht die Regeln des Kapitalmarkts abschaffen über Nacht. Und genau das hat er versprochen. Ja, Kohleausstieg. Das ist auch energetisch, umwelttechnisch und ökonomisch ein grotesker Vorgang, dass bereits genehmigte oder sogar laufende, nagelneue, relativ saubere Kraftwerke gar nicht ans Netz gehen. Auch das wird Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe nach sich ziehen. Wir haben das alles schon mal durchgemacht. Beim AKW-Ausstieg, beim Kernkraftausstieg, gab es inzwischen erfolgreiche Entschädigungslagen von RWE und Vattenfall. Das Gleiche wird bei Kohle auch passieren. Aber auch das interessiert diese Regierung nicht, weil sie da höchstwahrscheinlich in der Form nicht mehr am Amt ist. Ich werde nachher noch, muss man jetzt nicht alles hier noch mal durchgehen oder jetzt schon vorwegnehmen, noch viele, viele Risiken eingehen, die nicht im Haushalt drinstehen. Die Brexit-Zusatzkosten sind zu gering kalkuliert, beziehungsweise gar nicht kalkuliert, zumindest nicht in der Finanzplanung. Die EU-Zahlungen Deutschlands sind auch nicht so hoch, wie es Olaf Scholz bereits in Brüssel versprochen hat, eingestellt. Der Digital-Fonds, Breitband, wird wieder mal nicht aufgefüllt dieses Jahr. Investitionen sind wieder mal bei 10% des Haushalts. Das ist relativ gering. Wir haben Migrationskosten im Sozialetat, die unserer Ansicht nach auch zu gering kalkuliert sind, insbesondere die Kompensation der Länder und der Kommunen. Und das ist wichtig, diese Kompensation, weil sonst die Kommunen den hauseigenen Aufstand gegen die Regierung proben werden, selbst die linken Kommunen. Ja, dann haben wir noch die bedingungslose Grundrente, das Lieblingsprojekt von zumindest Teilen der Regierung, die SPD-Teile, ist nicht eingestellt im Haushalt, auch nicht in der Finanzplanung. Ich habe noch Sonderrisiken, da gehe ich nachher noch drauf ein, aber vielleicht lassen wir es mal dabei. Wir kommen einfach zum Fazit, dass ideologisches Geld wieder mal einiges eingespart werden könnte, auf der anderen Seite unglaublich wichtige Teile schlichtweg fehlen, einiges unbekannt ist, und dass deutsches Geld endlich auch mal wieder für deutsche Bürger genutzt werden könnte. Da schließt sich der Kreis zum Schwarz-Rot-Gold der Paulskirche. Danke erstmal. So, gibt es Fragen hierzu? Fragen zum Haushalt? Frau Schmelzen. Herr Böhringer, ich würde gerne mal von Ihnen erfahren, wenn Sie sich den Haushalt anschauen würden, wie würden Sie denn als AfD-Vertreter konstruktiv ihn strukturieren? Also jetzt mal abgesehen von dem, was Sie kritisieren, an dem, wie er zusammengestellt ist, aber wenn Sie einfach mal zusammenfassen würden, wo Sie aus AfD-Sicht die Linie für einen Haushalt sehen würden. Das sage ich Ihnen gerne. Ich weise aber schon zuvor darauf hin, dass es immer wieder leider unsere Aufgabe ist, hier sowohl im Haushalt als auch qualitativ an anderen Punkten noch Schlimmeres zu verhindern. Und deshalb musste ich relativ weit ausholen, die Fehlentwicklungen aufzuzählen. Wir selbst, wir haben ja auch schon x Anträge in die Richtung gestellt, würden den Soli nun wirklich endlich abschaffen. Das wird erstmal Geld kosten, das stimmt, aber so ist nun mal die Lage 30 Jahre nach der Einheit. Wir haben einen großen Antrag eingebracht, EU-Aufgaben und damit auch Ausgaben zu renationalisieren, das heißt, von diesem sehr ineffizienten Brüsseler Apparat zurückzuholen nach Deutschland, das wird zumindest Teile davon auch einsparen. Das heißt nicht, dass diese Ausgaben alle wegfallen, aber wir haben immerhin 25 Milliarden pro Jahr identifiziert, die da renationalisiert werden können und damit auf jeden Fall effizienter aufgebraucht werden können. Wir, ich kann das nicht lassen, das ist nur schwer zu belegen, immer wieder die ideologischen Ausgaben im Auswärtigen Amt, im BMZ, also im Entwicklungshilfeministerium und in diesem Einzelplan sind Legionen. Es ist unglaublich, wie viele Punkte wir finden, Tausende, die wirklich schlichtweg überflüssig sind. In jeder Hinsicht dann sämtliche CO2-Spielereien und ich sage bewusst Spielereien, müssen gar nicht erst eingeplant werden. Wir sind da knallhart in der Gegenposition. Es ist irgendwie auch massenmedial völlig vorbeigegangen an den Bürgern dieses Landes, dass inzwischen die CO2 ist schuld an allem Theorie, auf allen Ebenen auch wissenschaftlich und auch hörbar im internationalen Bereich wirklich angegriffen wird. Michael Mann, der Schaffer des berühmt berüchtigten Hockeysticks, der den ganzen Hysterie ausgelöst hat vor über zehn Jahren, ist inzwischen widerlegt. Und zwar dadurch, dass er schlichtweg sich weigerte, seine Rohdaten auf den Tisch zu legen. Das ist komplett absurd. Damit ist er wissenschaftlich tot. Das heißt, das, was Al Gore und die ganze Klimasekte vor einem Jahrzehnt in den Raum gestellt hat, ist nicht belegbar. Es ist nicht haltbar. Und das war der wichtigste Chart, mit dem die ganze Bewegung anfing. Wir haben inzwischen klare Aussagen, wie dieser 97-Prozent-Konsens der Wissenschaftler zustande kam. Nämlich durch statistische Tricks. Man nehme 100 Studien, schaue sie alle an und stelle sie seiner These gegenüber. Und wenn sich 95 dieser 100 Studien nicht mit der These befassen, nimmt man sie als nicht widersprechend und damit Teil des Konsenses. So ist der 97-Prozent-Konsens zustande gekommen. Praktisch keine einschlägige Studie hat sich wirklich konkret mit den Autochtonen, Auswirkungen des Autochtonen, menschengemachten CO2, auf das Weltklima beschäftigt. Dieser ganze Konsens ist nicht haltbar. Und hinzu kommt, dass in der Naturwissenschaft eine These nicht mit Konsens entschieden wird, sondern falsifiziert ist, wenn auch nur einer valide widerspricht. Der eine war vor ungefähr vier Tagen, das können Sie vielleicht auch mal aufnehmen, Patrick Frank, Stanford-Uniprofessor, der in einer sehr ausführlichen wissenschaftlichen Arbeit veröffentlicht in Frontiers in Earth Science, erst vor ein paar Tagen praktisch alles widerlegt hat. Klimawandelmodelle können die Atemperatur nicht voraussagen. Das war schon länger bekannt. Alle Berechnungen der Temperaturentwicklung sich sind falsch, siehe auch die rückliegenden Mann-Extrapolationen sind widerlegt. Aussagen über den Einfluss von CO2 auf das Klima sind bedeutungslos. Ich kann es noch lange weitermachen, das machen aber wahrscheinlich die Kollegen heute, diese Woche in den Umweltetats. Ich habe nur so lange ausgeholt, weil das zentrale Thema ist bereits und werden wird in den nächsten Monaten und 50 bis 60 Milliarden aller Voraussicht nach vom Klimakabinett kommen werden. Das ist alles vollkommen überflüssig und wir bleiben dabei, dass hier unglaublich viel gespart werden kann. Und dann ist vielleicht die schwarze Null wirklich zu halten. Leider fehlen da noch die von mir bis jetzt noch nicht genannten, heute noch nicht genannten Euro-Rettungskosten, die wir natürlich auch abstellen müssen. Also die permanente Euro-Rettung, die nicht unbedingt liquiditätswirksam ist sofort, aber uns jeden Tag eine halbe Milliarde Euro kostet. Jeden Tag, das ist die Haftung, mit der Deutschland jeden Tag in Zusatzhaftung geht, um den Euro überhaupt am Leben zu halten. Das sind alles Dinge, die für die Zukunft völliger Wahnsinn sind und deshalb ist es so wichtig, dass man diese Fehlentwicklung stoppt. Wenn man einen Wasserrohrbruch im Haus hat, muss man erstmal eine Haupthähne abdrehen und dann kann ich auf die Kleineren, ans Aufputzen gehen. Aber wir müssen es schaffen, den oder vielmehr die Haupthähne abzudrehen. Nachfolger? Noch mal eine Nachfrage. Wenn Sie sagen, EU-Ausgaben renationalisieren, könnten Sie da vielleicht so zwei, drei Beispiele anbringen? Danke. Also ich lasse Ihnen gerne den Antrag dazu zukommen. Der ist vor etwa acht Wochen im Bundestag gestellt worden, mehr oder weniger vor der Sommerpause. Natürlich sind das in erster Linie Agrarsubventionen. Das ist nach wie vor ein großer Teil des Haushaltes und da kommt relativ viel, muss renationalisiert werden. So war das auch lange Zeit. Aber ja, das ist eine Fehlentwicklung der EU schon seit den 90er Jahren, dass da immer mehr noch nach Brüssel gezogen wird. Und ja, der ganze Apparat ist auch viel zu groß. Also wir haben auch einiges in der Verwaltung identifiziert. Aber ich würde Sie an der Stelle darauf verweisen, dass wir Ihnen das Papier zukommen lassen. Ich hatte mich zwar nicht gemeldet, aber dann stelle ich trotzdem gerne eine Frage. Es geht noch mal um den Punkt, Herr Böhringer, Sie haben eben von sogenannten ideologischen Ausgaben gesprochen und Sie haben sie kritisiert als unnötige Fehlausgaben. Könnten Sie das bitte mal genau beziffern? Sie werden es ja sicherlich auch mal ausgerechnet haben. Das werde ich auch von unseren eigenen Anhängern im Wahlkampf oft gefragt. Das ist nur unglaublich schwierig, weil diese Punkte, Sie müssen sich vorstellen, ich hätte es gerne mitgebracht, der Haushalt hat 6.000 Seiten. Hat 6.000 Seiten und die Schwerpunkthaushalte auch mehrere hundert Seiten. Da stecken Zehntausende von Positionen drin. Jedes Mal, wenn wir nachbohren irgendwo bei einer Position, wo wieder Vereine Geld bekommen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, bekommen wir Antworten mit 70 Seiten. Es ist wirklich schwierig, das auch zu aggregieren. Wir sind dran. Das gleiche Thema übrigens auch bei den Migrationskosten. Wir sind jetzt bei der vierten Anfrage im Bundestag inzwischen und versuchen es immer noch schärfer zu fassen, weil die Bundesregierung niemals die gesamte Antwort gibt. Es läuft gerade wieder eine Anfrage vom Kollegen Curio, auch von mir, von vielen anderen, die wirklich ressortübergreifend mit einer sehr scharfen, weitgehenden Definition, weil die Migrationskosten, die letzten Endes auch ideologische Kosten sind, aggregieren will. Die offizielle Aussage der Bundesregierung sind 20 Milliarden im Bundeshaushalt. Wir glauben diese Zahl nicht. Wir glauben, dass sie bereits jetzt erheblich höher ist. Und es ist alles eine Frage der Definition. Und deshalb tun wir uns nach wie vor auch nach eineinhalb Jahren immer noch schwer, das alles zu machen. Man muss eigentlich schon fast die Ministerialbürokratie haben und eine neutrale Ministerialbürokratie noch dazu mit Weisungsbefugnis als Regierung, um diese Dinge wirklich aufzuaddieren. Wir sind aber dran. Auch unsere eigenen Mitglieder stellen mir diese Frage ständig. Jetzt noch mal eine Frage zu einem anderen Thema, Herr Böringer, aber was auch mit Haushalt zu tun hat. Wie würden Sie denn zum Beispiel bei den Verteidigungsausgaben vorgeben? Das ist ja ein Punkt, der innerhalb der Regierung durchaus umstritten ist. Mich würde mal da die Position der AfD interessieren. Wie viel Geld sollte denn Ihrer Ansicht nach im Haushalt für Verteidigung dann eingeplant sein? Und wo sollte das Geld dann herkommen dafür, wenn man weiterhin bei der schwarzen Null bleiben will? Auch da ist eine wichtige Diskussion zwischen der Regierung sowieso. Und da herrscht in der Tat, wie Sie sagen, Uneinigkeit zwischen Verteidigungsministerin und Finanzminister. Vielleicht nicht unbedingt für 2020, aber für Mittelfrist. Also der Punkt ist ja vor allem die Mittelfristigkeit, auf die Sie abheben. Da steht das berühmte 2-Prozent-Ziel der NATO im Raum. Auch das 1,5-Prozent-Ziel der NATO, das ja eigentlich von der Regierung eher auf 1,5 Prozent definiert wurde. Die NATO-Staaten haben sich 2014 verpflichtet, und ich zitiere jetzt, bis 2024, Zitat, in Richtung 2,0 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der Staaten, die Verteidigungsausgaben zu gehen. Das ist die Linie. Damit ist nicht gesagt, dass es 2024 schon 2,0 Prozent sein müssen. Das darf auch etwas später sein. Stand heute sind es, glaube ich, nur sieben NATO-Staaten überhaupt, die diesen Wert bereits erreichen. Aber das ist, ich sage mal, der vertragliche Status. Ich würde ihn jetzt nicht als völkerrechtlich bezeichnen, aber vertraglich inzwischen der NATO ist er gesetzt. Dazu steht auch die AfD. Also auch unsere Verteidigungspolitiker tragen genau diese Linie mit. Wir wollen den Aufwuchs haben. Wir stehen heute bei 1,37 Prozent des BIP und würden gerne in Richtung 1,5 gehen in den nächsten Jahren und dann irgendwann schließlich vielleicht tatsächlich die NATO-Forderung erfüllen. Das ist aber noch so weit weg, dass ich Ihnen sage, bis 2024 FF, also später, haben wir nachher noch viele Pressekonferenzen und ich würde ungern die AfD schon für 2026 positionieren jetzt. Aber bis 2024 sehen wir diese Zahl. Das ist nicht wenig. In absoluten Zahlen reden wir davon. Heute 45 Milliarden, das ist ja der Regierungsvorschlag, der heute eingebracht wird, pro Jahr Verteidigungsetat. Und ja, je nachdem, wie sich das BIP entwickelt, ich glaube, es wird sich schwächer entwickeln als viele Glauben dann, weil wir im konjunkturellen Winter laufen demnächst, wird das eine Zahl von etwa 70 Milliarden sein bis 2024. Gut, das ist jetzt ein Aufwuchspart, ähnlich wie in den letzten Jahren auch. Wir tragen ihn im Moment mit. Wir haben eher unser Problem, aber da würde ich dann an unsere Verteidigungspolitiker noch verweisen, dass die Bundeswehr Skandale hat, Missmanagement hat, eigentlich auch nicht stimmig ausgerichtet ist. Und dass eigentlich eine Institution erst mal wieder neu aufgestellt werden muss, funktionsfähig machen muss, den Verteidigungsauftrag im Inneren erfüllen können muss und nicht die Auslandsabenteuer. Und dann darf sie auch wirklich mehr Geld bekommen. Ich gebe aber zu, dass an einigen Stellen so viel Geld fehlt in der Bundeswehr, weil so viel totgespart wurde in den letzten Jahrzehnten und falsch gemacht wurde, dass man auch tatsächlich schneller was reingeben muss. Und deshalb stehen wir an der Stelle der Regierung nicht im Weg. Herr Kreuzmann. Ja, ich hätte zwei Fragen, Herr Böhringer, wenn Sie gestatten. Das eine ist das von Ihnen angesprochene Thema Zusatzhaftung, Euro-Rettung. Das bedäuft sich ja nach Ihren Berechnungen dann auf 180 Milliarden zusätzlich im Jahr. Sehen Sie denn Indizien, dass dieser Haftungsfall eintreten könne? Im Moment und über eine erstaunlich lange Zeit hat sich der Euro ja für die deutsche Volkswirtschaft als Geschäft erwiesen. Und die zweite Frage wäre, das Gesamtvolumen des Bundeshaushalts hat ja insgesamt große Höhen erreicht. Zum Vergleich 2005 waren es noch 250 Milliarden. Also das Gesamtvolumen ist ja insgesamt sehr hoch. Halten Sie 360 Milliarden insgesamt für angemessen? Auf der Ausgabenseite und was sagen Sie zum größten Einzeletat, dem für Arbeit und Soziales knapp 140 Milliarden Gesamtvolumen und wo würden Sie da möglicherweise Reduktionen vornehmen? Ja, zum Euro. Ich bin ja Publizist seit 20 Jahren. Zum Euro sage ich zunächst mal das alte Sprichwort Anything that cannot go on forever will stop. Der Euro ist falsch aufgesetzt. Ich glaube, inzwischen wissen es auch alle. Nur es wird halt nicht zugegeben. Er kann nicht überleben. Es spielt auch keine Rolle, ob es die AfD gibt, ob es sogenannte Populisten gibt oder nicht. Die rein ökonomische Last seiner Fehlkonstruktion in den 90er Jahren wird ihn zum Ende, zu seinem natürlichen Ende bringen. Das ist eine apodiktische Aussage. Es wird passieren. Es ist überhaupt keine Frage. Er kann nicht überleben. Es hat noch nie eine Währungsunion in der Weltgeschichte überlebt. Schon gar nicht eine, die über mehrere Staaten geht, wie das halt so bei Währungsunionen ist. Und erst recht nicht bei heterogenen Staaten. Das war in den 90er Jahren bekannt. Es wird passieren. Das ist mir ganz wichtig. Und deshalb ist jetzt nur noch die Frage, wann. Und Sie sagen, es hat schon erstaunlich lange funktioniert. Kommt ein bisschen darauf an, wie man funktioniert, definiert. Die Südstaaten haben unverdient niedrige Zinsen bekommen. Sie haben damit Kapitalfeld allokiert. Sie sind inzwischen völlig überschuldet. Griechenland hat inzwischen 50 Prozent dysfunktionale Kredite, die nicht mehr bedient werden. Ich weiß nicht, ob man das als Erfolg sehen sollte. Die Jugendarbeitslosigkeit in diesen Ländern ist horrend. Sie werden niemals im Euro realwirtschaftlich wieder herauskommen aus ihrer Malaise. Es ist unmöglich. Die Länder müssen abwerten. Sie können im Euro nicht abwerten. Und deshalb ist es also, da bin ich jetzt mal Europäer, sind Sie ja alle auch ständig. Gesamteuropäisch ist das ein völliges Desaster, der Euro. Und die Angleichung der Zinsen schon in den 90er, dann vor allem in den 2000er Jahren, war beendet im Jahre 2007, 2008. Damals war der Euro am Ende. Die Zinsen sind wieder auseinandergelaufen. Und seitdem wird er jeden Tag gerettet. Und das führt zu diesen völlig unsäglichen Summen. Sie haben es gerade hochgerechnet. Ich streite mich jetzt nicht über eine Milliarde hin oder her. Aber der Hauptteil ist das Anleihekaufprogramm der EZB, bei dem die Bundesregierung und damit wir alle, die Bürger alle, mit ungefähr 25 bis 27 Prozent mit in der Haftung sind. Die EZB hat bis 2018 nur in drei Jahren drei Billionen Anleihe aufgekauft, die eines Tages ausfallen werden. Und ja, sie wird demnächst wieder anfangen. Es ist bereits angekündigt. Es gibt jetzt im Herbst bereits von Draghi angekündigt eine sogenannte TL-THO-Maßnahme. Völlig zu niedrig bezinste Anleihen für die Banken und damit für die Wirtschaftsförderung. All das kommt Olaf Scholz zugute indirekt. Aber es sind alles ausfallgefährdete Kredite, die der Markt niemals so hergeben würde. Und das Gleiche gilt für ESM-Kredite. Da haben wir im Moment nicht so viele. Da kommt demnächst auch noch ein Antrag von uns zum ESM. Es gibt über zehn Rettungsvehikel. Und alle sind ausfallgefährdete von Target, gar nicht zu reden von Target-Forderungen. Das sind alles Ausfälle und eines Tages wird es die Bundesbank ausbuchen müssen und die EZB auch. Und dann stellt sich die Frage, ob der deutsche Steuerzahler diese Institution rekapitalisiert. Und dann ist der Schadenfall eingetreten. Nur weil etwas seit 20 Jahren nicht passiert ist, heißt nicht, dass es nicht passieren kann. Es wird passieren. Und wir werden nicht müde an der Stelle, das zu sagen. Ich freue mich darüber nicht. Aber man hätte vor 20 Jahren, als wir Euro-Kritiker angefangen haben mit dieser Kritik, wirklich es noch verhindern können, den ganzen Wahnsinn. Inzwischen kann man ihn nicht mehr ganz schmerzfrei verhindern, das stimmt. Und zum Thema Etat, Sozialetat war ja, glaube ich, Ihre Hauptfrage. Gut, was soll man sagen? Die Hauptposition im Sozialetat, zwei Drittel, nämlich über 102 Milliarden von 148, glaube ich, im Regierungsentwurf beim Sozialetat, sind die Zuschüsse zum gesetzlichen Rentenversicherung. Die AfD wird daran nichts ändern. Wir können daran nichts ändern. Wir tragen diese Position mit. Wir kürzen natürlich auch nicht daran, die Renten müssen bezahlt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Das Einzige, was wir immer wieder sagen, da sind wir aber nicht die einzige Partei, versicherungsfremde Leistungen müssen auf dem Prüfstand. Da gibt es doch einiges in diesen Positionen. Und ja, man sollte sich doch auch mal ernsthaft Gedanken machen, wie die illegalen Migranten, die heute vor allem illegal Krankenversicherungsleistungen bekommen, ohne jemals eingezahlt zu haben, wie die denn eigentlich behandelt werden, wenn sie mal ins Rentenalter kommen. Es sind vielleicht jetzt noch nicht so viele, aber das wird eines Tages auch passieren. Auch das ist noch ein zusätzliches Problem der gesetzlichen Rentenversicherung. Also diese Zuschüsse, der aus dem Regierungssäkel von 100 Milliarden pro Jahr, die es heute schon gibt, sind teilweise historisch gewachsen, weil halt seit Adenauer Zeiten dieser System falsch aufgesetzt war. Aber wir laden im Moment noch gewaltige Zusatzrisiken drauf mit dem Migrationsthema. Und von daher, ich würde an dieser Position nichts anfassen. Wir können es im Moment nicht anfassen. Deshalb werden Sie von uns wohl auch keinen Änderungsantrag zu diesen 100 Milliarden finden. Die Renten sind sakrosankt auch für uns. Sie werden bezahlt. So, gibt es noch weitere Fragen an Herrn Böhringer? Ich gucke noch einmal, nicht der Fall. Doch, bitte. Herr Böhringer, doch noch einmal, Sie haben eben gesagt, die Zusatzkosten, die vor allem im Rentenbereich kommen, die gehen in große Höhen durch die illegale Migration. Können Sie das mal beziffern? Wenn Sie jetzt von großen Summen sprechen, muss Sie ja irgendwas dazu bewegen, auch das Wort groß zum Beispiel zu verwenden. Können Sie da mal eine Summe bitte zu nennen? Wenn Sie zugehört haben, ich habe gesagt, dass es auf uns zukommt. Das ist heute noch kein Problem des Haushalts. Diese Leute sind ja weitgehend doch noch relativ jung, was nicht heißt, dass sie bereits in Lohn und Brot sind. Also so ist es nicht. Nach wie vor, vielleicht hätte ich das erweitern sollen, nicht nur auf das Rentenproblem. Kurzfristiger kommt bereits das Sozialgesetzbuch 2-Problem auf uns zu, Hartz IV, für diese Migranten, die nicht in Lohn und Brot sind. In Schweden sind nach fünf Jahren, da gibt es Statistiken, fünf Jahre Zuwanderung, 90 Prozent der Migranten immer noch nicht in Lohn und Brot. Und sind damit natürlich Zuschüssempfänger. Insofern danke für die Rückfrage. Ich hätte nicht nur Rentenversicherung sagen sollen, das ist tatsächlich noch ein Stück weg das Problem, sondern ich hätte durchaus, das ist ja auch der Sozialetat, Hartz IV-Leistungen sagen sollen, das steckt in den 50 Milliarden drin, also die noch übrig sind zwischen 150 und 100. Und ja, da sind wir tatsächlich gerade dran. Das ist Teil unserer Anfrage bei der Bundesregierung und auch beim Sozialminister. Wie viele Kosten sind denn bereits jetzt migrationsbedingt in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung? Und also die Zahlen, die ich erwarte, sind um die fünf Milliarden derzeit bereits, aber das kann ich noch nicht belegen. Herr Böhringer, Sie sind ja Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Können Sie mal beschreiben, welche Möglichkeiten Sie und die AfD haben jetzt an diesem Haushalt etwas zu verändern beziehungsweise steuernd einzugreifen? Ja, ich könnte natürlich mich auf Franz Müntefering zurückziehen. Opposition ist Mist. Wir werden überstimmt, immer und überall. Das ist so, das ist das Schicksal der Opposition. Da lässt die Regierung auch nicht mit sich handeln. Das gilt für Grüne und Linke und FDP genauso. Natürlich haben wir im guten Zureden und in Berichterstattergesprächen, und sorry, wenn ich das so sagen muss, ohne Kameras im Raum, manchmal ein paar Möglichkeiten, aber die Regierung, und das ist leider eine Unsitte, wenn gute Ideen von der Opposition kommen, macht dann halt Selbständerungsanträge und bringt die Änderung selbst ein, sodass sie dann nie bei Ihnen als Änderungen der Opposition ankommen. Das ist relativ selten und von uns schon gar nicht. AfD wirkt aber trotzdem. Ich glaube schon, dass wir in vielen Bereichen informell wirken. Ich als Vorsitzender natürlich nicht. Ich habe eine rein moderierende Rolle. Das habe ich von Anfang an auch immer so verstanden. Und von daher, ich treibe da nichts im Ausschuss selbst. Das sind die Berichterstattergespräche, das sind die Einzelplanverhandlungen natürlich, wo wir doch die Staatssekretärin und Minister ja intensiv befragen können. Da geht es auch öfter konstruktiv zu, würde ich sagen. Es gibt dann auch mal wechselnde Koalitionen. Wir sind jetzt auch nicht zu schade, auch mal mit den Linken oder mit der Regierung zu stimmen. Das ist rein sachlich getrieben. Wir machen das. Diese völlig absurde Position für Demokraten, wir stimmen nicht mit denen, weil die Schmuddelkinder sind. Das ist nicht unser Stil. Und das wird er auch weiterhin nicht. Wir sind sachlich getrieben. Gut, vielen Dank, Herr Böhringer. Jetzt würde ich Herrn Frömming und Herrn Neumann bitten, hier Platz zu nehmen. Peter Böhringer muss jetzt auch in die Sitzung rüber. Im Moment bleibe ich gerne noch da. Also danke, meine Damen und Herren.